So, herzlichen Glückwunsch in einem Part von Rocket League. Danke für die Lüge. Einfach ich. Weiß Licht aussieht deswegen. Was macht das? Es ist unten hier ein Banner. Ich muss hier auf Profil gehen. Dann auf Banner wählen. Und dann kann ich den Banner hier auswählen. Den ich möchte. Hier und hin. Und hier kann ich den Rahmen auswählen. Und meinen Namen. Ja. Das sieht gut aus. Aufschlag. Gut. So, dann spielen. Wir müssen noch zwei Spiele spielen. Zwei Vorlagen. Und zwei möchte Spieler werden. Gut. Spielen. Also wir machen das mit. Wir machen noch mal einen Rumble. Ja. Einfach so. Matthias, was soll hier los sein? Was meinst du? Bei den Zerfäffeln. Spielen werden jetzt halt in Rocket League. Und Among Us. Das sind nun die Spiele, die ihr bei Exitzeit bei mir auf die Kanälen finden werdet. Ja, Matthias. Es ist Nacht. Es ist ja wohl logisch, dass das nicht aus ist. Oder? Oder? Oder ist bei dir in der Nacht auch. Auch. Ähm. Es bei dir in der Nacht auch. Es bei dir in der Nacht auch hell. Ich möchte kein Licht anschalten, weil ich im Zocken bin. Wenn ich zocke, schalte ich kein Licht an. Ich zocke immer im Dunkeln. Muss ja nichts sehen. Wenn ich jetzt essen würde, dann würde ich schon Licht anmachen, aber tue ich ja nicht. Der Tag gut, der Tag gut, der Pups, der war schön. Mir geht es sehr gut, ja? Mir geht es schon gut. Ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Mir geht es dir. Ich kann nicht klagen. Vielen Dank. Schade, ich habe ein Spiel gefunden. Leider doch nicht. Neues holen, Leute. Wenn sie dann wären in der Playlist. 19.000 Tage. Ja, komm. Ja, du musst was finden. Junge, es ist ein Tausend online. Kann man sagen, dass man nichts finden ist. Ein Witz. Komm, das ist ein schlechter Witz. Das kann ja wohl nicht sein, dass er da kein Spiel findet. Ich spiel doch ein Ding. Das ist Fußball mit Autos. Wenn man so klug betrachtet. Ich finde das Spiel geil. Ich spiel, ja. Ich beginne den Witz, weil ich da ein Match suche. Ich finde aber irgendwie nichts. Ich danke dir. In dem ersten Haftal, dass ich jetzt erst kein Spiel finde. Jetzt habe ich endlich ein Spiel gefunden, Leute. Boah, hat das lange gedauert. Ich werde in der Zukunft die Spielsuche wieder ausstellen. Das kann sich gerne angucken hier. Leute, sind die Steine gleich groß? Also man wird hier konservatisch größer vor, wie Farms steht. Oder ist das eine Einbindung? Shit, nicht gezoffen. Also das Platinum ist deutlich besser als wir. Wie das aussieht. Was ist das? Oh Leute, das werden wir nicht schaffen. Ja, was soll ich denn machen, Leute? Alter, wie behindert seid ihr denn? Boah, seid ihr behindert, Junge? Wie kann man so behindert sein, ja? Die Städter, der lag so schön vom Tor. Da kann man so langsam an, schöner, schöner kann der Ball gar nicht kommen. Und die kriegen die nicht rein. Nein, 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 warum denn? Jawohl! Junge! Was für eine scheiß Idee. Ja, ich bin am zocken. Boah Leute, das ist... Ich zocke Rocket League. Matthias, ich bin um... Dann bin ich aufgestanden. 5, 6 Uhr? Also um 5 Uhr bin ich aufgestanden. Als 17 Uhr bin ich aufgestanden erst. Scheiße, Gegenteil bekommen. Danke für den Favour. Scheiße, Dleinstand. Oh, fuck. Die werden jetzt heftig abziehen. Die werden jetzt heftig abziehen. Ja, ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Der kommt gut. Nein! Ach, Scheiße. Ich habe ihn nicht weggekickt. Dann hätte ich nicht hinein machen können. Da habe ich genau im Falsch hinweggekickt. Was mache ich denn? Was mache ich denn für eine Scheiße? Mann, bin ich dumm. Wer ist drin? Ja. Scheiße. Das werden wir verlieren. Das werden wir verlieren. Ja, klar. Ja, komm. Verloren. Na komm, die 30 Euro können auch noch spielen. Die kommt auch nicht mehr drauf an. Schade. Nur ein schönes Glück, ja. Auf jeden Fall. Schade, schade. Aber Level Up gemacht, immerhin das. Man kann nicht immer gewinnen. Man kann halt nicht immer gewinnen. Du bist wie ein Vogel. Wieso belagst du mich? Was ist falsch bei dir? Warum belagst du mich Giovanni? Steht das nicht. Oh. 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 Wir sind doch blau, oder? Keine Ahnung... Keine Ahnung... Wenn wir das andere Spielchen durchspielen, haben wir wieder eine Quest erfüllt. Und die Vorlagen machen... Das ist einfach... Ja, ich sag mal so... Das wären wir so im Laufe der Rocket Pass zu erfüllen. So zufällt mal eine Vorlage... Und das beste Spiel wäre auch so... Erfüllen so im Laufe der Rocket Pass... Ich weiß es nicht genau... Ich weiß einfach... Wenn wir auf Spiele das zu erreichen... Dann schaffe ich es nicht... Ist so... Wenn ich das Spiel eine Vordere zu machen... Dann schaffe ich keine... Ah fuck... Was machen die da? Vorlage! Leute gut... Sehr schön... Sehr schön die Vorlage gemacht... Und dann hat zwei... Oh... Ich ist dabei... Da... Wo er steht... Auf... Was... In... Es gibt... Gibt's... Gibt's keine Gegenwehr mehr... Und... Denen ist keine Gegenwehr mehr da... Oder... Da... Wir können hier machen... Was wir wollen... wenn ich zeigen ist dabei habe beim spiel dann gebe ich auf ja was bestes gibt es denn das ist besser wenn du aufgibst aber sowas von ich habe ein tor gemacht oder es sind wir gejäunt wie kann man denn in den langen spiel hineinscheunen das geht doch gar nicht ok dann kann man in langen spiel nicht rein nicht rein scheunen mit dem spiel anscheinend geht das jetzt auch ok ja ich werde nicht mehr zerstört werde hier shit ok ok das war dumm von mir jetzt das war richtig dumm ja das drückt er auf meine körper das war dumm von mir das war richtig dumm das war richtig dumm von mir alter ja 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 Das war's. Jawohl. Sehr schön. Okay. Guck mal im Hauptmenü. Wie sieht's jetzt aus überhaupt? Ich muss doch eigentlich alle aufgefüllt. Holen. Es reicht nicht. Ja, wir müssen Spieler werden und 3 Forderungen und andere Spieler ziehen. Es geht nur 6 Tage und 11 Stunden. Okay. Ähm. Ja. Ja. Ich will sagen, wir melden mich hier. Nächster 17. Video. Bis nächstes nicht vergessen. Wenn ihr mal kommentieren. Teile mich. Abonnieren. Bis nächstes mal. Tschüss. Bis nächstes mal. Tschüss. Bis nächstes mal. Tschüss.